Auch für Leni steht jetzt der Musikvideodreh an. Wir sind heute in Darmstadt und drehen mein Musikvideo. Wir sind jetzt hier auf einem Dachboden. Und es ist wie so eine kleine Zeitreise ein bisschen zurück, wo man so ein bisschen durch Erinnerungen durchkramt. Ich muss sagen, das Video ist schon ziemlich emotional für mich, weil es einfach nochmal so ein Rückblick auf mein gesamtes Leben ist. Wenn man so ein bisschen zurückguckt, also dass ich zum Beispiel meine Gitarre oder alte Kinderfotos dabei habe. Und dann haben wir quasi Station 1. Das sind dann nur Spielszenen, da wird dann nicht performt. Hätten wir dann quasi dein Fotoalbum, wo Bilder aus deiner Vergangenheit drin sind. Ich habe jetzt hier ein paar Kinderfotos von mir mitgebracht und mit denen machen wir jetzt ein Fotoalbum. Im Hintergrund laufen jetzt gerade auf dem Projektor eine Mischung aus allen möglichen Menschen. Man sieht, auf jeden Fall liegt dein Songkandidaten, weil es auch eine super schöne Zeit bis jetzt war. Was ich jetzt erlebt habe oder auch meine Schwester, ganz viele Konzerte, vor allem sehr viel mit Musik. Ich glaube sehr stark, dass das Video meinen Song repräsentiert. Einfach, weil es nochmal dieses Zurückblicken auf alte Seiten einfach darstellt. Und wir drehen jetzt drüben noch eine letzte Performance und dann sind wir auf heute durch.